...menge liegen in der Prime League und die funktionieren auch. Viele Leute, die in der Prime League First Division oder Second Division waren und aufgestiegen sind, zum Beispiel Guns Panther, die jetzt gerade in der Pro-Death gut am Rasieren sind, spiel weiter Solo-Queue und spiel vor allem weiter in welchen Teams, in Prime League Division 2 oder 3 oder so, je nachdem, wo du mit 200 AP hinkommen kannst. Vielleicht auch in der Division, in der wir spielen, mit NNO, kannst du mit 200 AP auch schon Pro-Death in irgendeinem Team mitspielen. Aber mach auf jeden Fall weiter mit der Competitive, spiel nicht nur Solo-Queue. Gerade jetzt, wo es diese ganzen Ligen gibt, die ja obviously funktionieren, und die Leute steigen permanent auf aus diesen Ligen in eine höhere Liga, solltest du da auf jeden Fall nicht nur Solo-Queue spielen. Solo-Queue ist im Vergleich zu früher viel weniger wert, weil es halt früher diese Ligen nicht gab, Solo-Queue sich auch verändert hat, aber vor allem gibt es halt einfach eine Infrastruktur quasi für junge neue Spieler, die es früher nicht gab, was eigentlich sehr, sehr gut für einen neuen Spieler ist. Ey, Tini, danke für die 27, Mann. Vielen, vielen, vielen Dank, Mann. Welcome back. Nein. Lass dich überraschen, was gleich passiert. Wie in Waden? Oh, shit, wie in Waden? Nein, ich bin Robo-P-Level 1. Ich komm auch. Ja, ich auch komm. Er hat mich gesehen. Das ist so ein Dingsel. Du bist ziemlich los aus Level 1, oder? Ich? Ja. Also wenn die stehenbleibt, bin ich stark. Also ich hab Schaden, aber... Wenn wir einen fokussieren, ich den Ignite, dann ist das nice. Atok ist eigentlich gar nicht so stark, Level 1. Ich hätte tatsächlich W nehmen, dann wäre ich, also hätte ich einen langen Stun. Brück hier an, mir sitze ich echt nicht. Ich glaube, das ist worth. Nee, das ist überhaupt nicht worth. Also diesmal spielst du ja nicht Bart. Ja, ich hab diesmal extra für ihn gekriegt. Wo startest du? Wrappst du das? Ich könnte eh nehmen. Ja, nee, nee. Okay. Warte mal. Du hast noch ein Auto von mir. Oh, MG. Ist mein Chat an? Oh mein Gott. Wait, ist er... Ist gerade... Was da? Mitte 1, ist das Spiel? Ja. Er ist ein bisschen schwächer im ÖDG-Metz. Ich stehe, wäre der tot gewesen, wenn ich da die fünfte Leben mehr gehabt hätte. Aber auch, ja. Ein Auto machen können. Ey, Kani, was geht? Na? Hi. Ja, da hast du die Muster zu wohl vergessen, um dich zu entmuten. Aus Versehen gerade. Ich kann den mal outracken. Der Rest passt du, ne? Der ist ja getroffen. Naja, egal. Der kann Flaschen, genau. Ja, der kann Flaschen. Glaub ich... Es ist actually stupid von mir die Form zu nehmen. Wieso? Also, ihr macht ja weniger Schaden als Wege, oder? Das stimmt, ja. Und ich kann nicht wechseln. Du kannst ihn nicht wechseln, bis du Ultras, ne? Ja, genau. Wie lange hält ihr? Nicht so lang. So, 10 Sekunden oder so. Boah, ich glaube, die haben gar nicht so viel Bock auf die Lane. So, jetzt kommen die dunklen Technologie, Irelia Builds, ja. Okay, was gehst du? Full Tank. AP? Oh, what? Double Cluff. Oh, mein Gott. Das ist schon echt so instinkiert, muss ich sagen. Oh, ich kann Bototipin? Brimble into Plated into Sunfuck. Brück, halt zu mir, ich komme, Brück. Brück, ich bin komplett lustig, ich habe keinen Wissler bekommen. Könnt ihr mich bitte raus? Oh, mein Gott. Tollki? Einfach base durch. Ich glaube, du musst exit trinken. Oh, wo du das vergessen hast. Geil, finde ich super. Ey, danke. Wenn er einfach wegrennt soll. Danke, Tollki. Ey, ich bin für dich da, Brück. Hey, hey, hey. Ich möchte, dass du das auch genau weißt. Ähm, ja, lief doch gut. Es ist insane, wie jedes Game Minute 3, die halbe Armee, Botlandipid. Wenn er so overaggressive spielt. Fight these, fight these, fight these, fight these. Du wirst schon tot, Aguin. Nein, ich bin doch nicht tot. Natürlich. Eigentlich saut. Jetzt Recoil. Nein, ich wusste, ich kann nicht... Ach so, meinst du. Ach. Scheiße. Bin ich jetzt auch noch tot, deswegen. Wir sind solche Eltern. Nein, du bist von. Eigentlich schlecht. Ja, halt Q, halt Q. Das trifft Q nicht. Gehst du? Oh, das W. Oh, oh. Das ist schon der Weg. Los, ne? Wir würden das länger channelen sollen, das W. Anstatt zu laufen. Denk ich mir auch immer bei meiner Ere. Ich mach das auch immer. Das wird, glaube ich, länger. Ich glaube, wenn ich das länger channel, dann bin ich klein. Wenn ich auch Bremer Vest kaufen will ich halt überhaupt nicht. Bremer Vest ist nur der Beginn dieses Builds, ne? Er ist halt gut gegen deren Topseiten, da kann man nicht lügen. Ja, die sind ja full AD, die Gegner, ne? Ich hab keine Priorität, die ich genieße. Ich mag dann die HP von Iceborne, gerade wenn du Titanic gehen willst. Ja, will ich. Aber Sunfire macht schon mehr Damage. Aber Titanic gibt dir halt Leben, ne? Äh. Das ist ein anderes Item. Ist auch 400 Gold billiger. Spiele ohne Maus, AP-Match ist so geil. Ich kann ja sagen, als Spiele ohne Maus. Ich bin tatsächlich mit der Dive. Da kommt Tornado. Bei dir. Mit der Dive, ja. Ja, ja, ja. Jetzt noch mal tanken. Ich hab Wegehör noch nicht gespielt. Was für ein Irren, wenn diese... Ich... Die Janna, ne? Du willst einfach was glauben. Hast du ein Level Up von ihr gesehen? Ja. Ja, ja, ja. Ich dachte sogar schon. Oh mein. Actually, du killst ihn einfach mal. Aber die machen auch den Mund richtig aus. Tänkst du Weh, Noe? Ja, ne? Ja. Okay, okay. Ja, ich bin Full-Tank-W-Max, Irelia. You must be fun at parties. Oh, yes. Das ist so crazy, dass die Q trotzdem Minions tötet, weil sie mit Level ins Geld jetzt. Das ist so dumm. Geht bloß leider nicht. Ich bin da 10 Sekunden Cool-Down. Oh, die Wind-Wall-Wachs. Oh, die wurde es vorgeführt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das war schnell, wenn der Wind-Wall-Wall. Ja, aber ich stehe überhaupt nicht von dem, ja. Aber jetzt kommt ein Algorithm und räumt auf. Achso. Warte, warum? Kleidert jetzt der Digga? Wo ist denn die Jinx? Ist die Gerage quittet? Ich freuchte jemanden von Top-Man. Ja, ich hol den ein, ja. Wait. Oh, fuck, bin ich bad. Ich hab auch keine Maus. Amba. Auf. Oh mein Gott, bin ich bad. Ich glaub, Brügge, du wünschst ja gerade den Bart zurück, ja? Ach, ist okay, Kasi. Ja, ach. Fink nicht so, als wäre es wirklich okay. Nee, ich glaub auch nicht. Nee, war guter Trade. Du hast doch TP, das heißt, du kannst jetzt die Wave freezen und wir den einen nochmal. Jetzt ist es fein. Was sind die, was sind die für eine Elo? Platte? Ey, so soll er selber vier sein. Die Jinx, glaub ich, hat 800 LP, hab ich grad gesehen. Wo, in was? In Mathe. In Mathe. Wat? Wat? Wo hat die 800 LP? 3 und 3. Aram. 3. Dominion. 3 gibt's leider nicht mehr. Arthas war was mitlein, aber du wirst ihn sehen, wenn er kommt. Du's tun, Aram mit 3 und 3. Du's tun. Boah, Dominion war auch echt scheiße, muss ich sagen. Dominion war so geil, what? Irgendwie würde man es trotzdem gerne nochmal wieder spielen. Ich hab so viele Dominion Games. Ja. Was sagt das über dich aus? Nee, das ist Spaß, wenn Dominion hat. Jetzt fast, fun, it's gone. Jetzt was? Das war's das Letzte? It's gone. Das war so ein guter Reddit. Oh, oh. Ach, Dominion mit dem TF OTP und mit Thomas. Und Thomas. Was passiert eigentlich auf der Bot-Land gerade? Da ist ein Zangler. Ah, oh. Ich werde heute Nacht nicht ruhig schlafen. Ich glaube, du wirst schlafen wie ein Baby, oder nicht? Wenn Angst, dass Burki in seinem Fenster auftaucht. Ja. Nicht ganz unberechtigt. Denk immer dran, Prime League lief. Stimmt, das ist das Wichtigste. Hat die gerade weg, die Jinx allein gelassen? Hat sie ja. Die war gerade mit, oder? Nice, können Sie den shuttern, bitte. Hey, nice. Erstens, komm. Und bam! Guck mal. Ja, ich hab doch einen Einsammler. Ja, jetzt ist das natürlich noch nicht so rund, wie ich gehöfte. Also, Mana ist ein Problem. Für mich gerade ein großes Problem. Willst du Presence of Mind? Willst du Presence of Mind? Ja. Wie die Idee, das ist ein Mana-Problem. Nein, jetzt hast du keine Cookies. Ja, ein Riesen-Mana-Problem, ne? Die Jäger braucht eigentlich kein Blue, oder? Okay. Ich hatte kurz die Hoffnung. Ey, man muss auch mal hoffen dürfen. Der ist... Ah. Ah, ich will auch rausatmen. Ja, Vorsicht, der... Der Jastro ist trotzdem. Oh, Gott. Die könnte unten sein. Die machen, glaube ich, Drag, ja. Das Wichtigste doch, dass wir uns alle lieb haben. Dich besonders. Arzt in der Mitte sein. Von Base. Basically. Ich bin wirklich... Mit deinem Flash kein Ignite. Wenn du den Lee Sin baiten willst, der hat, glaube ich, vielleicht keinen Kick mehr. Glaube ich vielleicht. Glaube ich vielleicht. Nee, ich glaube wirklich, er hat gekickt. Das ist sehr vielverschämt, muss ich sagen. Letzte Anzeige, Rob Zorn, also hast du gesehen, ne? Wait, echt? Ja. Denner ist hier. Oder am Red oder so. Oh ja, tatsächlich. Freddy? Ja. Das bin ich. Wie ist der City, Season 11? Ja, der, der, oh. Ah, die Lee Sin practice, da ist sie. Kannst sie bitte töten, weil sonst, ich habe ich keine Ahnung. Oh, oh. Okay, super, super. Clean, clean, clean. Webbed, webbed, webbed. Das hätte ich wollen können, ne? Nee, 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 das war gut so. Wie sie Wards vor dich stellt. Oh, hat sie dich? Ah. Ich konnte dich nicht schilden, weil du in das Ding reingegangen bist. Wait, really? Ja. Ja, bist du am Target, ne? Funktioniert das, also das RE? Funktioniert das? Das weiß ich nicht, das halte ich nicht ab, aber ich komme in... Ah. Doch, das könnte sogar gehen. Habe ich auch schlecht. Er ist der beste Spieler. Ich könnte einen Hardcounter für Atox. Nee, nee, nee. Hat er auch zu gerne in der Gegend gepickt, ne? Aber Atox ist einfach useless. Später. Aber, ja, mich noch vielleicht. Deswegen ist er besser. Wait, da haben wir die nicht? Und was? Oh, Gott. Dieses laute Aufatmen. Wieso flashe ich denn noch? Ach, gehen wir fürs Nächste. Er hat meine Q und meine Ult geflasht. Ich dachte, ich weiß was noch sind. Er hat dir einfach in die Fresse getreten. Hm. Fucking hell. Hat die Jinx kein Flash, ja? Tom, es sind ja Jenna sofort schon wieder hier. Das sind eigentlich Schwägerste, wenn wir nicht fokussen, ne? Wir sind überall am hinten. Ja, actually ist das... Also tatsächlich funktioniert die Mitte überhaupt nicht so, wie ich gedacht habe. Ich greife irgendwie relativ langsam an mit dem Bild. Top-Nel ist eigentlich bei jedem Bild essentiell. Das hast du eh keinen dabei. Actually clean, Fabi, hast du da. Schön unten. Schön, 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 schön. Kriegst du die Jinx-Passive-Anne auch? Ich denke so. Ja, ja, das kriegst du, kriegst du. Oh, die... Oh. Wahrscheinlich nur der Jinx, hä? Oh. Die den ja einfach töten können, oder? Wow. Ich hab noch 6 Sekunden cooldown aufs Schild. God damn it. Ah, der Minion-Block. Okay. Brücki aka der Winkelmesser. Na ja, Vorsicht, die hast du von hier. Der Mittlerner ist leider ein bisschen am griefen. Will dich? Actually, kannst du überhaupt mit dem Item mitverlieren? Ist das nicht impossible? Tatsächlich kriegt der 50% Armorschrift auf seiner Öl, du weißt du? Action try. Das ist echt auch gar nicht so viel Armor. Außerdem ist der Bild, glaube ich, terrible, weil das W-A-D-Scaling hat, das du ansprechen möchtest, und ich 0-A-D-H. Ich glaube, das macht einfach überhaupt keinen Sinn, was ich hier mache. Also ich kann auch die Minions nicht one-hitten. Mit wem? Nee. Oh, wow. Das ist die selbe. Du hast ja keinen... Du hast ja keinen... Kein Ding, praktisch. Keine Idee, ja. Ich meinte es nicht auch, wenn ich das Item kaufe, dann immer so als... ...ganz spätes Mythic. Nicht als erstes Item. Oder Solo-Bodo, nein. Ja, das ist ein Single-Dingle, aber trotzdem, also... Solo-Bodo und Single-Dingle, ja. Ja, was sonst, ne, eigentlich. So reden die coolen Kids heutzutage, Bröcki. Der mithöte, den kann einer sich schnabulieren gleich. Ich bin da, vorhin, oder? Ja, ich bin echt ziemlich strong mit... ...gegenalter 15. Bröcki, du siehst die, right? Ja, leider. Ey, aber das ist ne Platte, Liggi. Ich schnipp doch für die Platte! Jetzt schnippst du einfach so, oder was? Das war ein Minion, das zählt mich ab. Ja, ich wusste ihn ab. Kennst du ihn kurz? Achso. Dann reset. Der war weg gewesen, weißt du? Ja. Ist der Lee Sin ein Subscriber von dir, Bröcki? Oder... Warum mag uns das überhaupt nicht? Ich glaube, wirklich, dass er das ist. 4-3. Ja, ich will gar nicht abwocken. Der hockt eh gleich wieder da. Wir warten auf den Dive, oder? Den Dive? Du meinst's gang? Also, wir diven den jetzt mal. Achso. Na go. Ich hätt' noch nie Atox gespielt. Mit eh kannst du auch resetten. Na, das war sehr bad. Braucht die Web wegschlief von meinem Atom. Ja, das war sehr ab. Ich brauch die Web, ich brauch die Web, ich brauch die Web. Wirklich, wirklich, wirklich. Guck hier. Ein... Er hat's mir auch in der Cam hinlassen. Die Sin kommt, die Sin kommt, die Sin kommt, die Sin kommt, die Sin kommt. Oh Gott. Ist leichter, wenn du kurz staght, als lang. Wenn du lang staght, kannst du gar nicht resetten, weißt du. Der Lee macht jetzt wahrscheinlich Drake. Oder uns. Der Lee war irgendwo hier. Er hat gar nicht mehr. Er hat gar nicht mehr. Ich hab auch noch Plein-Bootzeuge dran am Start. Die Frage gehört, aber nicht verarbeitet. Ja, der war eh noch tot, also. Ja. Wie lange geht denn dieses Lightbook-Game-Mode? Äh, das ist Speed-Up. Man hat weniger Coolwand. 50 Minuten, 15 Minuten. Okay, okay, das schaffen wir ja easy. Naja, sowas ist satt. Junge, warum fühlen denn alle hier so viel Hass? Eigentlich schaffen wir das nicht, die Gegner sind ziemlich strong. Aber sie sind voll AD, also wenn wir hier weiterhin Rüstung kaufen, dann ist alles super. Ich weiß gar nicht, ob Amon noch so viel macht. Ja, bei dir nicht mehr, der Rest von uns mal nicht. Bei dir, du bist fein, du brauchst Leben. Hab ich den Blue gegen die Grom tauschen? Ja, ja, ja. Wir sind jetzt bei Krabbe wahrscheinlich. Wann Worte sein? Oh, oh my, what? Echt, da. Echt? Zeig dir. Wir haben ja neben dem, wait, what? Der hätte doch da sogar ein Wort. Ja, wie sollt ihr das nicht contesten? Ja, der hat ja nicht die Blue Cloud wenigstens. Hm. Wer Frozen Heart nicht Omega-OP gegen den Team? Ja, kommt von euch. Auch noch, ja. Okay. Ich kaufe es mir auch, glaube ich, noch. Das ist auch Teil der Exodia, ja. Ich glaube, du brauchst Blade Nova, sonst bist du zu useless. Ne, ne, sie kommt nicht useless aus, sondern. Das sieht so ein bisschen aus, als würde der Yasuo auf einem Sandensack rumprügeln. Ich muss sagen, das ist echt scheiße, der Builder. Das ist so nutzlos, what? Du brauchst jetzt irgendwo euer On-Hit-Damage. Warte, weil es ist die Rille jetzt echt gut gegen Yasuo, ne? Wenn du irgendein On-Hit-Damage hättest, wär's, glaube ich, fein. Wer da irgendwie a-tickst. Janna moved nach unten, Janna moved nach unten. Mit der W? Hm, ja. Ich hab keinen T-P. Was ist mit ihm hier? Das ist Aatrox. Der hat Flash. Äh, Janna ist gleich bei euch, ne? Aber du musst Full-Tank mit mir hier. Uhu, Mechanics? Come on. Oh! Äh, Jynx ist auch hier. Der Tänzer. Du brauchst aber auch hier, ne? War ein Warp-Bed? Hey, maybe. Ich glaub, mehr kann ich da nicht machen. War ein Warp-Bed, ey. Weil ich Titanic hab, könnte das vielleicht funktionieren. Oh mein Gott! Es braucht entweder Witz oder... Brück ihn auf, auch ich. 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 Oh? Oh, shit. Nein, Brück. Ah, er hat die Jender bekommen, nice. Und jetzt nicht. Du hast King Shoga. Okay. Ich komme, King. Ich komm zu dir, Brück. Ich komm doch nicht. Ich komme, King. Was? Oh, shit. Der hat noch keine Kill. Der hat noch keine Kill. Jetzt hat er. Wo kaltest du mit denen hin? Ja, was soll ich denn machen? Brück, ich bin für dich da. Needle's out. Snip, snip. Alter, das sah ja jetzt gerade so off-powered aus. Welchen von den letzten, welchen Moment von den letzten 25 meinst du? Kannst du Gwen spielen? Ja, ich bin nicht die Beste. Nee, kann man nicht behaupten. Aber das war ja der Fallen, I think. Aber können wir die denn nicht für uns picken auch immer? Ja, ja. Aber ich, auf jeden Fall. Ich finde sie auch Tomo, okay. Die Flicks in den Jungle, ne? Ich weiß, ich weiß ja. Ich kann noch ein paar mehr Games spielen. Ich bin Fein auf Gwen, aber ich bin nichts Besonderes auf dem Champ. Ja, wir können auf jeden Fall Irelia picken, das kann ich schon mal sagen. Können wir auch flexen, ne? Können wir auch auf jeden Fall flexen, ja. Ich bin gleich hinter dem. Oh, die Schilde, man. Hammer, killst du den bitte? Boah, er ist Faker. Er ist actually Faker. Er spielt das actually in Sand, oder? Ja, das hat er wirklich gut gemacht. Kann man nicht lügen. Der war actually richtig, richtig in Sand. Bist du da oben 2 in der, Green? Du hast da kein Fiff in Battle, Alter. Holy Shit. Ey, das haben wir nur ausläuft, ja. Alter. Der ist Silber 4, der Yasuo. Ja. Niemals. Der ist niemals Silber 4. Der ist safe nicht Silber 4. Aber ist das in Solo-Cue oder in Flex-Cue? Irgendwer schreibt hier Silber 4. Silber 4 mit negativer Win-Ratio und 300 Games. Der spielt nie Yasuo. First time Yasuo. Na, ja. Ja, das ist ne Lüge. Ja, das ist ne Lüge. Ah ne, doch, der hat, der hat actually Yasuo third most played. Silber 4 ist ja. Der ist niemals Silber 4. Der ist völlig legitim aus. Der ist völlig legitim aus. Silber 4. Wie viele Games? Wie viele Games? Wie viele Games? 600. Boah. Boah. Das ist niemals ein Silber-Spieler. Das ist niemals ein Silber-Spieler. Das ist niemals ein Silber-Spieler. Kann mir niemals erzählen. Ist das ein Silber-Spieler? Ich hab dir zugeguckt in Laning-Faced und ich wurde auch gerade von ihm getötet und er ist safe kein Silber-Spieler. 100%. Also, ich hab Leute in Master und Grandmaster schlechter hier zu spielen sehen. Ja, same, same. Auf jeden Fall. Also, viel. Ich hab da sein schlechter. Soll ich mich mal den Drag testen? Wenn er Flex gespielt, vielleicht jemand anderes. Das ist niemals ein Silber-Spieler. Der Account sieht völlig aus. Ja, ja. Aber. Ich seh sein Gameplay. Aber der beste Silber-Spieler. Ever. Der beste Silber-Spieler. Der beste Silber-Spieler. Der beste Silber-Spieler. Der beste Silber-Spieler. Aber das ist ein bisschen super-Split noch. Ich geh rein. Ich bin noch mehr Flüster. Ich bin auch gleich da. Ich bin rausgetreten. Ich geh wieder rein. Jetzt hab ich Lieke hin, oder? Also, Team. Vorsicht, hast du denn hier? Ah. Ja, ja. Ich hab Zeit gekauft, er jetzt. Ich hab mir hier ziemlich Logo gekriegt, ne? Ich hab jetzt die Algumann-Recept City. Bam. Erst als Jinx und jetzt als Vigo. Huuuuhu. Nice Team. Der kann mich doch keiner sagen, der ist hier Silber-Spieler. Der ist nicht Silber. Der ist gar nicht einfach reingeladen. Der ist einfach richtig reingeladen. Aber der ist helflich Silber, Leute. Der ist helflich Silber. Der ist helflich Silber. Das ist der beste Spieler, den ich kenne. Yo, so Eliok. Bitte spiel Prime League. Go, Brode. Eliok, ran mit dir, Alter. Sick. Kredia UK. Kredia UK. Kredia UK. Kredia UK. So... Wer macht jetzt mit mir Nash ? Ich hab... Oh, ich hab echt kein Nashes-Tube. War nicht so schnell Nash. Dust quickly-Kredia UK hat einen Nash zu sehen. Dein Team hat der Tü somethinung. Ich bin weg. Ich glaube ich bin gerade für den Globo gestorben. Ja gewinnst du das nicht einfach? Ja, aber die Janna kommt. Also eins habe ich für euch rausgefunden, spielt niemals full tank Irelia. Ist nett. Das ist nicht gut. Ja, wenn die da reinlaufen, dann ja. Okay, holy shit. Ja, der ist getötet, ey. Wir klingen die noch, oder? Ne, ne. Das ist ein Turm. Vorsicht. 4, 4, 4. 4, 4. Oh, die Q eingeflasht und brühe, ja der hat dich gehört, der hat dich gehört. Und der hat sich respektlich gefühlt. Der hat sich respektlich gefühlt. Der ist niemals, der war 4, guys. Also bei mir im Chat schreibt jemand, dass die drei FlexQ High Elo Accounts haben und zwei niedrige. Das heißt wahrscheinlich spielen die einfach auf niedrigeren Accounts um FlexQ Challenger zu gucken. Die machen Nash, die machen Nash. Das sind FlexQ Booster, okay. FlexQ Booster. Das sind FlexQ Booster, okay. Das ist der Selfie, der seinen Account einfach jemand angegeben hat, ja. 100% Ja. Das sind Leute, die absichtlich halt auch dann Games in FlexQ verlieren. Kein Respekt vor solchen Spielern. Ja. Jetzt ist Aguin Yassu, okay. Er war Yassu. Ich bin aber tot, oder? Ja. Das ist noch Jack. Ich hab noch Jack, ja. Ich bin da? Ich steh, ich hab nur Titanic gebraucht. Jetzt bin ich stark. Nicht gestunt. Ach, jetzt seh ich's erst. Die boosten Leute in FlexQ, okay. Ja. Peinlich. Beruhigt, äh. Beruhigt. Wer sowas macht. Kein Silber-Spieler. Ach, ich bin beruhigt. Also es ist praktisch, die, 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 die haben Leute, die absichtlich Games in FlexQ halt zu 50 Q'en und dann vor Feten und ihrer FlexQ Elo auf Iron spielen. Oder auf Silber oder auf Bronze. Und dann haben sie andere Leute, die geboostet werden und die spielen dann mit denen zusammen. Damit die leichtere Games bekommen und LP kriegen. Und die sind dann Challenger und Grandmaster und so. Hm. Ach. Mein Herz da. Oh, das soll echt viel clean. Da fragt man sich aber, welcher Elo der richtige Typ hat. Ach, come on. Die sind alle so diamond-ish, ehrlich gesagt. Also der spielt trotzdem sehr, sehr gut, ne. Der hat mich komplett hops genommen. In der Mitte. Sie sind so diamond-ish, wirklich, ne. Die Jinx hat keinen Flash. Wollen wir ja finishen. Oh shit. Weiß ich auch, wir kennen die am Nash. Sehr gerne aber. Ne. Ich hab die finishen. Das glaube ich jetzt nicht. Jetzt rill das Grudge. Boah, das Anti-Shield da. Jetzt sind wir auch krass gegen die. Das kann keiner bauen, ne. Ne, kann ich nicht kaufen. Ich hab hier eine Jenna. Aatrox kann hier sein. Ach, der hat dann ge-aimt. Bin auch da, aber es ist nicht der beste Fight. Der Yasuo sollte wieder Flash haben. Die anderen Jinx haben keinen Flash. Ich bin klar. Die anderen Jinx haben keinen Flash. Die anderen Jinx haben keinen Flash. Die anderen Jinx haben keinen Flash. Hey. Okay. Ich bin Scott. Okay. Treten die ausgerechnet mich. Ach so, haben die 3 jetzt, oder? Nein, überhaupt so. Nein. Oh, jetzt ist er über den Q rüber gejagt. Oh. Wait. Okay, jetzt bist du Lee? Hast du ein What? Ich mein, nein. Der Sweeper. Ey, die gibt mir den Kill. Okay. Oh, das stimmt. Oh, Penta-Kill. Oh, Penta-Kill. Let's go, Jürgen. Nice. Was? Nice one. Okay, das war der Halbmoment des Games. Ja. Der schafft es dann auch wieder. Jürgen steht wieder vorbei. Jürgen, war doch super. Ist er wirklich Anti-Bild? Er ist einfach gut für Jürgen und YouTube-Thump, ey. Ne, ich bin gerade schon Anti-Bild. Alles gut. Okay. 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 Ist ja ein Wunder doll. Ja, eigentlich schon. Ne, ich bin nicht. Du musst halt bloß alle Champions mal gespielt haben. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn. Du wirst wahrscheinlich nicht gegen so viele Kha'zix zu spielen. Wie ist das eigentlich mit Chiwana? Ah, ne. Ich glaube, Chiwana kriegst du. Ich glaube, Chiwana kriegst du. Kann ich nochmal helfen? Ist schon dumm. Ist schon ober, schon ober, schon ober. Höhen Spiel von Liss. Haben wir Drake gekriegt? Klasse Play. Das war ein geiler Play, du. Holy Shit. Hatte Spaß gemacht. Ja. Wilk ist Bock auf Flex. Geht durch die Decke. Haha. Stump. Actually, würde ich auch sagen, dass Vego schwerer ist als Lissin. What? Ich finde die, eigentlich nicht so schwierig. Kick und die Kübra ich auch noch hin, glaube ich. Ja. Ja, gut. Aber ich meine. Obviamente, die sind schon ein Quai-To-Skill-Seating. Ja, schon. Aber ich meine, Vego ja auch, wenn man so will. Ja, ich meine, es gibt natürlich manchmal Situationen, wo Lee halt so broken ist, dass du halt nur diese Kick-Kuh-Kurken musst. Aber generell würde ich schon sagen, dass der ziemlich hart ist. So, jetzt lass aber mal kurz finishen hier, würde ich sagen. Bin ich dabei. Mit runter? Aber gut, nächster Pettackel. Ja. Ist da ein Pettackels abnehmen? Ich glaube, wirklich fängt schon mal gut an hier. Uiuiui. Park! Der feist schon wieder over. Ja, du kannst rein-Lotieren. Ich kann Jaden das. Hat die kleine Ult? Ja, hat sie. Ja, hat sie. Ich habe noch einen Ult, wenn ich Autodeck'n darf. Weil ich kann. Komm, wir können Klamm, Leute. Remember the Persidium? Instant Fettackel-Agroin. Jena zu werden ist nicht gut. Jena zu werden ist nicht gut. Ist nicht gut. Kann ich nicht Instant Ulten da? Oder wurde Tornado. Echt wurde Tornado. Wir haben echt schon verloren, oder? Wir haben... Burkis 18, Karma auch. Ah, 15. Sehr, sehr knapp. Wir können dich gegen Booster verlieren. Wir können echt nicht gegen Booster verlieren. Das wäre echt sehr, sehr... Burkis 18... Burkis noch 18. Karma auch. Ne, ne, ne. Du machst es, Burkis. All you. Ne, die finischen nicht. Ulti einfach die Wave-Ulten. Ulti einfach die Wave-Ulten. Die Wave-Ulten wird funktionieren gestern. Richtig jetzt mal die Wave-Ulten, meint ihr? Ja. Ich glaube die Wave-Ulten ist gut. Also die, den einen Minion wegkriegen. Oh nein. Nein. Naja, keine Minions mehr, keine Minions mehr. Das reicht niemals. Fuck, wenn ich schneller bin. Ja, it's over. Ja. Ich bin in 3-Up, aber... Ich hatte auch meinen GA nicht, by the way. Ja, du brauchst auch keinen Sturic's Gage in der anderen Form. Wow, I didn't know. Oh, so bitter. Nein! Nein, nein, nein. Du bist doch verloren. Ah, shit, ey. Du bist doch verloren. Du bist doch verloren. Ach, gegen solche Leute zu verlieren ist echt bitter, actually. Ja. Ja, ja. Und auf der anderen Seite muss man sagen, wir sind ja praktisch auch Booster, ne? Gut. Weil wir immer mit High-Ilo und Low-Ilo-Accounts spielen. Halt von Leuten, die keine Flexion spielen. Really? Ist das so definiert? Ja, wir machen es ja nicht absichtlich. Ja, wir machen es nicht absichtlich, wie die. Nee, nee, nee. Das machen wir nicht. Wer von denen wurde denn geboostet? Ja, aber... Also du willst... Ich würd' ich vergleichen in 600 Games, über 4 Accounts, mit bröklichsten, noch nicht gespielten Flexion-Accounts, so. Du hast ja noch nicht gespielt, ich hab ja nur sehr viel verloren. Ach so. Ja, der Lee wird in FlexQ geboostet, der ist High-Challenger. I mean... Wie schwer aber mit den Boys FlexQ ist? Der Yasuo ist künstlich Silber 4 in FlexQ. Der Dings ist Gold in FlexQ. Und der Dings... Und das, der Support und der Lee werden geboostet. Ja, ja, ja. Es ist sehr schade, wir kein Game mehr machen können, ne? Doch, wir können ein... Ein Fun-World-Game können wir machen. Aber der Grill! Ein Fun-World-Game! Jetzt komm her zu Ultimate Spellbook. Ja, ja. Ja.